Wuuuuh! Dann hätte ich ein wunderschönes Punkt gehen, an die Sonne kommen noch für ein Tag. Und wenn ich mit dem Doktor regle, oder mit dem Doktor wagen, mit seinem Süden-Metur-Modell, hier aus Ammer, mit Steiger aus der Licht, mit einem wunderbaren Anbach, Jagdwagen, und dann, der wunderschöne Wagen E-Wolf, und Tony sagt, hat es viel so aus, wie sein, wie es schon immer war. Und der Zeit, Stefan Lundberger, und hier haben Sie, die Damen des Hauses, und der Hauswärm, Familie Strauch, Herr Ulrich, Herr Ulrich, Aarlander Neuerplatz, Und der, Herr Ruhr, mit dem Raum gehen, mit dem Raum gelassen. Und der Franz Heidenauer, der Gerlinde, ich hab's nicht vergessen. Dann der Flottenbierspender, nächsten Jahr wahrscheinlich für die Rampen. Dann der Flottenbierspender, und hier kommt der Lokmann, der Kinder auf, von Reis, Eltern, André Eiermann, mit einem Weg, dem Frieden und Schaden drauf. Und jetzt will André Eiermann, nach dem Raum gelassen. Dann der Flottenbierspender, nächsten Jahr. Dann der Flottenbierspender, nächsten Jahr. Dann die Flottenbierspender, nächsten Jahr. Also noch mal zur Hochbahn, an den Eiermann-Land-Innerfall Graf zu reden, Graf an, wir kommen an, noch mal. Wir betrachten, Günter Wagner, den Organisator, dies herrlich, herrlich, da geht es. Mache so eine Karte, Mache so eine Karte. Wow. Ein Rieser Klaus für Andre Eiermann. Sandi Huber, der in Einser-Motten-Gerai auf die Rüste. Und der Kammerler-Win springt. Okay. Inklusive milligrams Euro, der in Einser-Motten-Gerai auf die Rüste. Okay. Wie man in Einser-Motten-Gerai auf die Rüste. Der Eiermann, der Eiermann, der Eiermann, hier oben, hier oben, und Peter Menschen ausfahren, hier oben, Peter, es war schön, dass wir esний. Dankeschön. Vielen Dank.